hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge dark souls prepared to die wir fangen quasi wieder bei null an nämlich mit dem dlc autorias of the abyss in der pc version direkt schon enthalten die wir ja auch immer noch spielen werden wir jetzt mal geschafft haben das spiel endlich durchzuspielen sind wir nun dabei den dlc mal zu betreten wird auch direkt eine neue reihe sein quasi also wieder so ein bisschen mit null anfangen bzw mit 1 anfangen entsprechend trotzdem werde ich den original deathcounter von am ende des spiels noch mal hier einfliegen auch wenn vielleicht noch ein oder zwei tote zugekommen sind das weiß ich aber jetzt natürlich noch nicht denn zu diesem zeitpunkt habe ich das spiel ja noch nicht durchgespielt wie ihr wisst müsste ich dann noch mal einiges von vorne machen deswegen mache ich das natürlich bevor ich das spiel durchgespielt habe aber naja wie gesagt für euch wird es erst nach dem letzten kampf sein so was müsst ihr eigentlich tun um das gebiet zu erreichen also zum einen müsst ihr die hydra hier bekämpfen und da vorne in der hülle den goldenen besiegen und das zu befreien aber wie das genau alles aussieht würde ich sagen schauen wir uns jetzt mal direkt im schnelldurchlauf noch mal an ich dachte quasi schon geschwind am ende des kampfes mit der hydra das ist so ein bisschen der erste schritt muss sie zwar nicht töten aber in dem sprechung wenn nachher kämpfen wird uns das schon ein bisschen helfen danach geht es eigentlich hier den weg entlang muss man aufpassen dass man nicht in das loch rein fällt das könnte einem nämlich sonst ziemlich schnell wehtun wenn man da runter fällt dann ist man einfach mal so tot weil ich schwimmen kann er halt nicht muss auch vorstellen trägt eine schwere rüstung dann damit schwimmen ist nicht so toll dann kommen wir hinten in der höhle ich sehe im moment da ist noch gar nichts das passiert ja schon mal öfters in dem spiel dass ein paar leute nicht gezögert werden dann einfach ausmachen neu starten und dann sollte der entsprechende gegner oder die entsprechende leichte oder was auch immer schon da sein und dann ist der lustige goldene golem auch schon da an dem wir dann einfach gehörig ein bisschen vermöbeln sollte ja zu diesem zeitpunkt eigentlich schon kein problem mehr sein man muss ja nicht so früh reingehen kann man auch so ein bisschen auf später verlegen ist auch nicht so schwer man sollte einfach mal ein bisschen rücken bleiben und auf seine stachel angriffe aufpassen die aber nicht so schlimm sind wie die von den blauen denn sie haben so einen kleinen kreis vor dem golem hinaus wie wir es gerade sehen was er auch ziemlich häufig macht und wenn er getötet ist nehmen wir da oder sie mit dem wir auch reden sollten quatsch nicht oder sie das von oder sie oder sie ist der ort und auch ihre stimme hört sich im zeitraffer ziemlich interessant an sobald wir mit ihr geredet haben können wir sie auch einem auch wo die hydra war auch rufen über ein ruf symbol und ein paar sachen von ihnen kaufen ist für die quest aber nicht mehr von belangen als nächstes solltet ihr das das herrschergefäß besitzen und die nebel entfernen dann könnt ihr in die archive gehen wo der nächste golem auftaucht nämlich dieser blaue hier der ist auch nicht so schwer auch den könnt ihr einfach ohne probleme umhauen und ihr seht das ist schon ein bisschen weiter weg haben wir auch schön aufs ende aufgehauen die archive und der ist nicht so schwer wie wir sehen im grunde genommen sowie die anderen grund haben auch nur halt eine stärkere variante als die unten im becken aber auch nicht wirklich schwer und sobald wir ihn umgehauen haben bekommen wir den zerstörten anhänger und das ist auch das letzte ding was wir brauchen um das neue gebiet betreten zu können dann können wir zurückgehen zum becken wo wir den goldenen umgehauen haben und ich würde sagen wir sehen uns gleich dort wieder bis dahin so dem wir nun wissen wie wir das neue gebiet freischalten können wir sagen schon mal gerade ob wir das nun mal rufen können das habt wir eben nicht mehr gesehen denn hier irgendwo sollte ihr ruf symbol erscheinen oder kommt das jetzt gar nicht weil wir den eingangs schon haben das kann natürlich auch sein dann würde ich sagen gehen wir direkt wieder zurück da wo wir den goldenen golem getroffen haben das war ja einfach mal so schön im quälfeld ein auch hier wieder das so darauf achten dass wir nicht ins loch fallen ich höre mir das in den verbrotten eiseringen damit kann ich besser nicht weiterlaufen wie wir ja wissen macht es einiges einfacher werden wir auch gleich für den boss glaube ich brauchen und jetzt habe ich uns zu viel beraten natürlich erwarten uns gleich direkt im boss wie soll das auch anders sein für ein neues gebiet als der scharf mit einem boss und einem der auch ein bisschen glasig ist aber auch ein bisschen zeigen was uns denn so alles im neuen gebiet erwartet und das ist meine freundin nicht unbedingt so schön ja wir sehen schon bei weiten da ist plötzlich so ein komisches portal aufgetaucht und ich würde sagen da laufen direkt man drauf zu gebe ich zu man muss wissen wie man das freie um das neue gebiet überhaupt erst zu betreten ist ein bisschen komisch aber generell für dark souls erklärt wird ja nichts muss man das irgendwie selber herausfinden und da hilft auch natürlich die wiki ganz schön auf sich immer wieder gerne verweise und auch in unter jedem video und quasi noch mal verlinkt ist deswegen schaut aber gerne rein es hilft ungemein so und da sind wir auch schon im mausoleums garten das entfachen wir direkt uns und ich würde sagen ich mache direkt mal dreimal menschlichkeit hau ich mich im reis denn es ist mir wert dass ich hier falls ich sterbe 20 habe ich habe jetzt genug menschlichkeit mit 50 ja wie gesagt super leid dass ich Chaos hier nicht zeigen konnte aber da habe ich überhaupt nicht über nachgedacht dass wir das nordwestern gar nicht platzieren dürfen ich habe nur immer gelesen dass wir frames nicht brauchen ich habe irgendwie zu viel menschlichkeit benutzt gerade macht er nichts wie gesagt frames dürfen wir nicht mit drehen und wir dürfen das lord vessel auch nicht platzieren das heißt sie vor kings sollten dann dass die ersten bosse mit den lords mit den fürsten sehen sein die wir irgendwie umhauen und das finde ich doch recht schwierig wenn man das im ersten durchgang macht deswegen würde ich euch da den tipp geben macht das doch im new game plus wenn ihr das vor habt und dann könnt ihr dem und auch zu auch ohne probleme beitreten mal gerade schauen ich kann noch einen zauber draufsetzen wenn ich mich richtig entsinne und ich glaube das mache ich auch mal schnell ähm po 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 zauberei anstimmen was nehmen wir denn da ach ich hab den ringer nicht an aha ich hab den ringer nicht an den werde ich auch nicht anziehen denn ich bleibe aber ich brot die stoßkontrolle brauchen wir erstmal gar nicht deswegen können die gegen andere sachen tauschen denn darum Okay, ich werde das mal hier benutzen Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht Keine Ahnung, den habe ich glaube ich noch nie benutzt Aber vielleicht können wir uns dann bitte auch heilen Das wäre natürlich super Denn hier erwartet uns schon die Hölle Beide Freunde, ich sag's euch Ich mag den Boss nicht Der ist auch schon Der Mausoleumswächter, eine Manticore quasi Und wie eine Manticore kann die auch alles, was eine Manticore kann Das heißt Giftschwanz Blitz Und das, wie wir wissen, im Wasser Ist natürlich super Nämlich absolut überhaupt nicht gut Jetzt hört er nicht auf Ah, und da haut er uns um Machst du mal was anderes? Hallo? Aha Ah, er kommt wieder zu Ja, er ist ziemlich schnell mit seinem Movement Deswegen, und wir können ihn auch nur wirklich einmal richtig treffen Und ich hoffe wirklich, das ist das Schlimmste von ihm Aber mit genug Ausdauer Sollte es eigentlich kein Problem sein Und ich schlage immer zweimal zu Wie gesagt, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe Warum ich immer zweimal zuschlage Immer sehr fies So, das machen wir einfach mal zu Ende Aber dann können wir ihn ohne Probleme hauen Das ist noch ein bisschen gefährlicher Der macht ja seinen Windstoß mit seinen Flügelchen Und er macht eben direkt nochmal Auch das kann uns aus den Latschen hauen So, er macht wieder seinen Wind Beziehungsweise genau das ist nämlich das Gefährliche daran Er macht danach So gut wie immer Äh Ah, verdammt Wie gesagt, die Wächter hier Die Bosse sind alle recht schnell Das ist das Problem bei ihnen Oh, ich sollte nicht ausbrechen, sondern Beschlagen und wir sind direkt vergiftet Das ist nicht gut, meine Freunde Das ist absolut gar nicht gut Ich sag ja, ich hasse Ich mag diesen Boss nicht so gerne Aber sie zeigen uns Quasi ganz schön Was auf uns zukommt Nämlich Bosse, die verdammt schnell sind Und die verdammt viel Movement haben Und viel Movement Kontrolle brauchen Und ihr seht, wie schwer es für mich ist Ihn anzugreifen So, da ist immer noch am einfachsten Wenn er nicht gleich weg springt So, wir jetzt und wir sind wieder Oh nein, das hätte ins Auge gehen können Vor allem, weil wir hier immer noch vergiftet sind Deswegen schnell trinken Auch wenn er uns trifft Das muss mir jetzt erstmal egal sein Ah, dass ich nicht mehrmals treffen kann Oh, das ist Das ist gefährlich, was wir hier gerade machen Schnell trinken Egal wie, trinken, 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 trinken Das war nicht gut Wie gesagt, ey, ist die Hölle Ich sag's aber nicht, ich häng fest Und ich häng fest Ich häng wieder fest Leute, Leute, Leute Ich hab Angst Schnell eine trinken Und das ist mir noch egal Solange ich mein Schild oben habe Kann er mir damit gar nichts Ich hab ihn noch getroffen Gott sei Dank Schnell, wieder eine trinken Auch das gefährlich Alles gefährlich, was er macht Ihr merkt schon, wie ich angespannt Ich bin So, was machst du jetzt Ja, mach das selber nochmal Aber wir haben besiegt Wir haben besiegt beim ersten Toy Wunderbar Das freut mich doch ungemein Dass wir besiegt haben Aber wir bekommen die Wecherseele Wir hätten auch seinen Schwanz abpacken können Aber Ja, darauf lege ich nicht unbedingt Wert an Zumindest jetzt nicht im ersten Toy Ja, ich kann euch aber mit Den Waffen, die ich schon habe Mal ein Video zeigen Beziehungsweise Mit den Waffen, die ich mit meinem Mainjar habe Der ist ungefähr derselbe Level Aber natürlich schon im New Game Plus Weil da hab ich ein bisschen anders gespielt Als hier Natürlich Nicht so auf Sicherheit Sondern auch ruhig ein bisschen Gewagter Naja, das kennt man ja Auch hier werde ich Direkt mal entfachen Auch das ist ein Würde ich mal sagen Wichtiger Wichtiges Leuchtfeuer Zumindest für mich Denn auch hier kommt nachher wieder ein Boss Ja, ihr merkt schon Bosse gibt es hier Eine Menge Ich glaube, vier Stück Sind es insgesamt Die wir hier erwarten Trotzdem ist das Add-on Nicht allzu lange Also man kommt da schon Ganz gut durch Aber wie gesagt Ich packe hier schon mal die Evelyn Nein, die packe ich nicht hier an Die packe ich hier rein Packe ich die Evelyn Die werde ich nämlich Jetzt nachher brauchen So und wir entfachen Noch mal ein bisschen Können die auch wieder Weg teleportieren Das ist also alles Kein Problem Also weg kommen wir Eigentlich wieder ganz gut Und auch hier entfache ich mal So zack Einfach Jetzt haben wir auch wieder 20 Flakons Das sollte mir für das Gebiet Eigentlich auch reichen Und da ist ein Pilz Ein Pilz Und er sieht freundlich aus Kommt direkt aus dem Baum raus Ich rede mal mit ihr Well, look at this one I must ask Could you once more play the savior? Jo, natürlich machen wir das Ja, an die Godmother So ein bisschen Fühlt sich so ein bisschen Auf wegen Gott hier Thou shalt see further on An Abyss was begat Of the ancient beast And threatens to swallow The whole of Ulysseu Night Artorias Came to stop this But such a hero Has neary a murmur of dark Without doubt He will be swallowed By the Abyss Overcome by its Utter blackness Indeed The Abyss May be unstoppable Still I have faith That Princess Atorias dusk May be rescued yet Ja, Atorias erwartet uns Von dem haben wir ja schon Viel gehört Aber getroffen sind wir noch nie Haben Sind wir quasi ja noch nie Hier können wir quasi Einen Zauberstab kaufen Finde ich aber nicht so toll Deswegen lasse ich es Aber jede Menge andere Zauber Die aber alle so ein bisschen Auf Ähm Oster day ist noch ganz nett So ein bisschen auf PvP ausgelegt sind Deswegen kann man sie Eigentlich auch lassen Ihr könnt zum Beispiel Unsere Waffe Ähm Unsichtbar machen Und solche Sachen Die brauchen wir aber nicht Möglich Deswegen lasse ich sie auch mal sein Jo, danke Weil PvP Ähm Bin ich nicht so Gut drin Deswegen lasse ich es auch mal gerne sein So, ich würde sagen Wir schauen nochmal gerade Ob wir nicht Ähm Unser Schild Mal endlich Auf plus 5 bringen Ja wunderbar Wie viel habe ich jetzt noch? Kann ich noch ein bisschen Was meine Rüstung verstärken? Ne, ich habe Gar keine mehr Okay, das ist schade Dann reparieren wir noch Unsere Ausrüstung Finstertöter Hier, komm Kostet ja nicht so viel Oh, unsere Mladen war kaputt Oder würde ich das sagen War es das für den ersten Teil Von Atorias Ähm Auf die Abyss Und ich würde sagen Ich hoffe ihr schaut Ob am nächsten Mal wieder rein Wenn es wieder heißt Dark Souls Prepare to Die Atorias Auf die Abyss Bis dahin